Musik Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Kleinschaft Kleins mit mir, Fred, und wir wollen heute mal was testen, was sich viele gewünscht haben und was ich heute eigentlich mal umgesetzt habe, nämlich das Duell Mutanten-Lakai gegen Lakai, oder beziehungsweise im Plural Mutanten-Lakaien gegen normale Lakaien. Und ich hab mir natürlich wieder was ausgedacht dafür, dafür müssen wir uns mal eben selber angreifen. Moment, da müsste ich erstmal Truppen bauen in einem anderen Dorf, wäre vielleicht mal nicht schlecht. Moment, nichts vorbereitet hier, nichts vorbereitet. So, jetzt aber. Wir werden jetzt schon gleich sehen, was uns erwartet, nämlich diese Base. Und es geht darum, es ist natürlich auch eigentlich, es ist ziemlich komisch, in einem anderen Dorf haben wir 120 normale Lakaien und hier haben wir 40. 40 Stück, Level 12, also maxed für Meisterhörter 6. Und wir müssen mal überlegen. Wir haben eine Luftabwehr, wir haben drei Türme, drei Bogentürme. Zwei davon sind hochgestellt, einer ist runtergestellt. Ich muss natürlich Sachen nehmen, die es im anderen Dorf auch gibt. Wir werden gleich sehen, warum. Da noch mal eine Luftabwehr. Hier zwischen ist noch eine Luftbombe versteckt. Und dann kommt die Meisterhütte und auf der anderen Seite des Meeres natürlich dann das Rathaus. Ist klar. Also, maxed jeweils aktueller Stand. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, nicht schlafen. Du wirst jetzt gleich angegriffen. Lauf lieber schon rein. So. Ich würde auch sagen, dadurch, dass ja keine großartigen Bomben oder sonstige Sachen da sind, können wir sie alle auf einen Fleck setzen. Gucken einfach mal, wie viel sie zerstören. Wenn sie nicht durchkommen, gucken wir einfach mal die Zeit. Also, ja, da vorne habe ich nur Tesla hingestellt. Ich setze sie jetzt ruhig mal mit einem Finger dahin. Und ich bin gespannt. Vor allem, ah, genau. Der große Unterschied ist ja, dass diese Mutanten-Lakaien ja eine riesige Reichweite haben. Okay, die haben echt schon einen ziemlichen Vorteil. Allerdings haben sie jetzt ihr Pulver zuerst schon mal verschossen. Alter, schaffen sie locker. Ich habe noch, wir haben aber noch Ideen für später. Also, ich habe noch eine Idee. Das war jetzt ja ziemlich, ja. Ah, okay, ziemlich eindeutig. Das war ziemlich eindeutig. Na gut, dann habe ich noch eine Idee. Ich werde mal ganz kurz was umbauen. Also, Leute, kurzer Cut. Bis gleich. So. Versuch Nummer zwei. Und ihr werdet es jetzt schon direkt sehen. Ich habe den Brutzler dahingestellt. Ich habe mir nämlich mal gedacht, womit kann man den Brutzler auf der anderen Seite möglichst gut vergleichen? Das ist dann wahrscheinlich der Inferno-Turm. Es könnte funktionieren. Es könnte auf jeden Fall funktionieren. X-Bogen gibt es ja jetzt hier nicht. Und, ja, ich bin mal gespannt. Was jetzt hier dabei rumkommt, wenn wir das jetzt nochmal machen, wir setzen sie jetzt dieses Mal mit zwei Fingern ab. Dann geht es ein bisschen schneller. Alle dahin. Da ist jetzt natürlich zuerst mal der Tesla da vorne. Die Kampfmaschine interessiert uns jetzt hier in diesem Fall gar nicht. Ich bin mal gespannt. Ja, die Luftabwehr da vorne machen sie natürlich relativ schnell down, weil sie ja einfach dadurch, durch die Reichweite. Der Brutzler könnte interessant werden. Der Brutzler könnte auf jeden Fall nur interessant werden. Ja, er ist nämlich, er ist, oh, der Brutzler ist richtig stark. Okay, der Brutzler ist einfach mal richtig stark gegen die Lakaai. Jetzt haben wir mal ein Match. Jetzt haben wir mal ein Match, Leute. Jetzt ist mal hier ein Match am Start. Okay. Wie viele überleben? Oh, es haben einige überlebt, aber sie waren auf jeden Fall schon deutlich geschwächter als vorher. Okay, jetzt gehe ich mal in das andere Dorf. Jetzt gehe ich mal in das andere Dorf. Moment, ich gebe mal auf hier. Moment, ich muss mein Handy mal eben schnappen. So, wir geben jetzt auf. Gehen jetzt ins andere Dorf rüber. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. So, das ist jetzt nämlich unser anderes Dörfchen. Max, Rathaus, Elf, Truppen. Also sind die Lakaien auf Level 7. 120 Stück. Gehe jetzt erstmal wieder ganz kurz, äh, ich muss mal eben ganz kurz in den Clan reingehen. In den Mauerclan. Da ist er nämlich. So, jetzt sind wir da drin. Jetzt fordere ich mich mal eben selber heraus. Ein Moment, kurzer Cut, Moment. So, da ist es jetzt. Und wir werden jetzt erstmal, wir werden ganz kurz noch beobachten. Das ist nämlich das, was ich eben hatte. Tesla ganz am Anfang, sehen wir nicht. Luftabwehr. Oh, der Bogenturm ist falsch. Ups, den müssen wir noch umstellen. Moment, Moment, Moment. So, jetzt ist es genau, jetzt ist es, jetzt ist es komplett richtig. Einmal Luftabwehr. Bogenturm hoch, Bogenturm runter, Bogenturm hoch, Luftabwehr. Hier noch eine Luftbombe, aber halt eine normale, keine suchende. Und ja, hier vorne noch der Tesla, wie gesagt. So hier zwischen irgendwo. Und ich bin mal gespannt. 120 Stück. Das sind natürlich relativ viele. Das sind, das sind, das sind dreimal so viele wie eben. Eben hatten wir 40, ne? Genau, eben hatten wir 40. Ja, da bin ich mal gespannt. Allerdings haben sie jetzt hier den riesen Nachteil. Sie können jetzt natürlich nicht ihre Stärke ausspielen durch die, durch die, durch den Angriff von weiter weg. Aber guckt euch das mal an. Es sind so viele einfach. Wie, wie wollen die Türme die denn kaputt kriegen? Wobei sie schon ganz gut feuern. Aber es sind noch so viele. Gleich, der Inferno-Turm wird es vielleicht wahrscheinlich zeigen. Es ist einfach eine Riesenmasse. Und jetzt die Bombe. Okay. Das ist geil. Die anderen Lakaien sind dadurch nicht gestorben. Und diese Lakaien, sie sind natürlich, ich finde die geiler. Vom Aussehen finde ich sie eigentlich noch geiler als die anderen. Diese Lakaien sind dadurch gestorben. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir das aber nochmal. Dieses Mal aber mit dem Inferno-Turm, um halt so endgültig zu entscheiden, Wer sind denn die stärksten Lakaien im Lande? Sind es die normalen Lakaien oder sind es die Mutanten-Lakaien? Bis gleich. Ich bin so gespannt. Ich bin jetzt, ich bin ohne Witz, ich bin so gespannt jetzt, ob das, ob das funktioniert oder nicht. Moment, wir scouten erst. Ich bin so gespannt. Also, der Brutzler und der Inferno-Turm, sie sind natürlich nicht das gleiche Gebäude. Sie sind sich nicht mal so ganz so ähnlich. Aber ich meine, es sind die ähnlichsten Gebäude eigentlich noch. Feger gibt's, Luftfeger gibt's in einem anderen Dorf nicht. Ist auch eigentlich gut so, dass es nicht unbedingt immer die gleichen Gebäude sind. Das wäre ja auch langweilig. Zum Beispiel Zerschmetterer gibt's ja hier auch nicht. Multimerser, okay. Soll ja irgendwann wahrscheinlich noch kommen, dass der hier auch abgegradet wird zu einem Multimerser. Aber das ist ja bei Lufttruppen komplett egal. Tesla, wie gesagt, haben wir nur einen in dem Nachtdorf. Hier haben wir jetzt auch nur einen. Und ja, ich bin gespannt. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? So, meine Freunde. Ihr geht jetzt alle da drauf. Ich setze mit zwei Fingern jetzt mal. Und hoffe, dass wir schnell genug sind. Jetzt haben wir gerade mal, ja, jetzt haben wir noch 30 Stück übrig. Komm, 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 flieg, 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 flieg. Wir zoomen mal raus. Also ich bin so gespannt, ob ein einziger Lakai ankommt hinten. Der, der, der Multi Inferno Max, der, der röstet so extrem. Ah, okay, er ist down. Die Frage ist jetzt, wie viele von denen werden noch die Bombe überleben? Oh, was? Zwei Stück haben überlebt. Okay. Wir haben, glaube ich, einen Sieger. Ich glaube, die Mutanten-Lakaien waren eben doch etwas besser unterwegs, obwohl es nur ein Drittel ist. Ein Drittel der Truppenstärke. Eieiei. Eieiei, wir können ja auch mal die Zeit mal durchlaufen lassen. Okay, wir lassen die Zeit mal durchlaufen. Machen gleich noch einen Angriff mit den Mutanten-Lakaien. Es ist jetzt aktuell zwei Minuten elf. Ich schätze mal, sie werden natürlich jetzt noch ein paar Minuten, äh, paar Minuten, paar Sekunden werden sie natürlich jetzt noch brauchen, bis das Rathaus down ist. Aber dann, aber dann, aber dann, werden wir sehen. Ich werde es genau im Auge behalten, wo denn da der Knackpunkt war oder beziehungsweise wie lange sie gebraucht haben. Klar, zwei Finger, mit zwei Fingern habe ich die abgesetzt. Allerdings, na, wir müssen mal sehen. Vielleicht setze ich die anderen dann gleich mal mit einem Finger nur ab, damit das zeitlich passt einfach, weil sonst wird einfach zu viel Zeit verschenkt, schon mit dem Absetzen der Truppen hier, in diesem Fall. So, jetzt beginnt gleich die heiße Phase. Moment, 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 Moment. Jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich, jetzt haben wir es gleich. Komm, 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 1,34. Genau gemerkt natürlich, ich fuchse, so, 1,34. Wir gehen nochmal zurück, wir fordern uns nochmal raus und werden das nochmal sehen. 1,34, merkt es euch. Natürlich muss ich den Clan eben verlassen, ist klar. 1,34, Rest. Es geht da drum. Wir setzen sie mit einem Finger ab. Es sind nur 40 Stück, wir werden es sehen. Werden sie es schaffen oder werden sie es nicht schaffen. So, Tesla, wir haben jetzt schon mal, jetzt haben wir drei Lager weg, jetzt haben wir alle Lager weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Es ist drei Minuten Angriffszeit. 1,34 Rest. Werden sie es schaffen, werden sie durchkommen. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf hier. Ich glaube, eben waren aber mehr durchgekommen als bei den normalen, na, kein zwei. Das werden wir sehen. Es sind schon viele jetzt angeschlagen. Ist die Frage, ob die gleich alle sterben durch die Bombe. Das ist die große Frage. Werden sie alle sterben durch die Bombe oder nicht? Oh, nee. Es sind viele. Es haben viele überlebt. Mutanten hat keinen Gewinn. Mutanten hat keinen Gewinn dieses Duell. Eindeutig. 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 Gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Zu diskutieren. Da gibt es gar nichts zu diskutieren in diesem Fall. Die Mutanten hat keinen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gewonnen. Und bald übrigens kann ich jetzt schon mal ankündigen. Nächste Woche startet nochmal das große Duell. Matthias gegen mich. Aber in dem normalen Dorf. Letztes Mal hatten wir ja in dem Nachtdorf. Nein. Es wird noch größer. Es wird noch abgefahrener. Es wird noch viel geiler. Ich habe was richtig Cooles geplant. Wir werden es aber noch sehen. Die Ankündigung kommt auch noch offiziell. Ich wollte es nur schon mal sagen. Wir gehen es wieder zurück. Und da sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön. Dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Dass ihr diese Folge geguckt habt. Ziemlich überraschend eigentlich. Dass die Mutanten-Lakaien doch so eindeutig. Auch wenn man natürlich so ein bisschen. Das ist immer außer Konkurrenz. Weil ja der. Wie gesagt. Der. Der. Brutzler. Ist nicht vergleichbar eigentlich mit dem Inferno-Turm. Ich habe es jetzt nur mal so aus Spaß genommen. Weil die doch. Ja. Beide mit Feuer hantieren. Aber naja. Würde ich mal sagen. Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben. Und. Bis später. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.